Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist und zum ersten Mal nach Luft geschnappt hat. Ich glaube, heutzutage weiss jeder, wie wichtig gute Luft ist. Ich habe erst gerade ein neues Studio gebaut, in dem keine Aussergeräusche stören dürfen. Hier müssen die Profis hin, die ganz genau wissen, wie man in so einem Raum eine perfekte Lüftung einbaut. Handwerk und Technologie können so viel dazu beitragen, dass wir eine gesunde, sichere Zukunft haben. Und hey, das zählt. Meine Lunge ist mein wichtigstes Instrument. Ich stehe im Schnitt 90 Minuten auf den Bühnen und bin froh um eine Halle mit einer guten Lüftung. Ich freue mich heute schon auf meinen nächsten Auftritt. Wenn du einen Beruf für die Gebäudetechnik wählst, baust du auch in unserer Zukunft mit. Das ist deine Chance. Zeig, was kannst. Ich hoffe. Vielen Dank. Vielen Dank.